In den Bedürfnissen des sich entwickelnden Hafens an zwei Stellen steht der monumentale Baukürbwerb des aus Stahlbeton ausgebildeten Getreidespeichers Ewa. In dem ersten Roku Przekop-Grabowski. Und rechts sehen Sie, dass Deutsche Kai und die Aufwärmung Grabo-Werber wird eine Kläranlage sein. Das heißt, dass man sich hier damals, das heißt etwa... ...von mich erinnert. Ich bin der Die erste Hoptung der Wind Das hier sind der Bühne Die ganze Zeit, dass wir nach dem Stahlbäckchen werden, der die Skarbe, um den Schreifen, um dem Schrauben herbezpiegen, um den Schrauben zu gehen, um den Schrauben zu gehen. Die Strecke Norddeutscher Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020